Hallo liebe Jagdfreunde, heute möchte ich Ihnen die Guide IR 517 vorstellen. Diese Wärmebildkamera wird nicht nur aus hochwertigen Materialien gefertigt und ist sehr gut verarbeitet, sie bietet zudem eine herausragende Bildqualität. Was professionelle Spiegelreflexkameras für die Fotografie sind, ist die IR 517 am Wärmebildsektor. Am Ende dieses Videos zeige ich Ihnen noch ein paar Videoausschnitte, die dies verdeutlichen. Die Kamera ist zwar auch mit einem kleinen Sensor verfügbar, entfaltet aber ihre volle Leistung erst mit ihrem 640x480 Pixelsensor. Standardmäßig wird die IR 517 mit einem 35mm Objektiv ausgeliefert, das Ihnen einen angenehm weiten Blickwinkel bietet und auch für die Nachsuche hervorragend geeignet ist. Optional sind auch weitere Objektive verfügbar, von denen speziell das 80mm mit seiner Vergrößerung und Klarheit beeindruckt. Durch die Wechselobjektive erweitert sich der Einsatzbereich der IR 517 von einem Meter bis über zwei Kilometer. Um das Objektiv zu wechseln, drücken Sie den Entriegelungsknopf an der Unterseite und drehen das Objektiv in Richtung Unlock bis über die Markierung und ziehen das Objektiv vorsichtig ab. Zum Anbringen eines Objektives setzen Sie es bei der Markierung an und drehen Sie in Richtung Lock, bis Sie das Klicken der Verriegelungstaste hören. Die Scharfstellung der Abbildung erfolgt vorne am Objektiv. Die weitere Bedienung erfolgt über die Tasten an der Oberseite. Schalten Sie die Kamera durch langen Druck auf den Einschalter ein. Danach können Sie die Bildschirmhelligkeit einstellen, den Betrachtungsmodus wechseln, die Vergrößerung wählen und Fotos aufnehmen und die Kamera in Standby schalten. Durch langes Drücken der Tasten können Sie einen Hotspot verfolgen und Videos aufnehmen. An der Seite befindet sich noch ein Drehrad zum Scharfstellen des Bildschirms. An der Unterseite befinden sich unter der Gummiabdeckung, der Videoausgang und der Micro-USB-Anschluss für die Datenübertragung und die Ladung des internen Akkus. Die Akkulaufzeit beträgt ca. 5 bis 7 Stunden. Hinter diesen Anschlüssen befindet sich noch ein Taster für die Aktivierung des WLAN. Diese Funktion ist nur bei der Pro-Version verfügbar. Vorne am Gerät befindet sich noch zusätzlich ein Stativgewinde. Als Zubehör ist auch ein Pelikase verfügbar, der Schaumstoffeinlagen mit Ausschnitten bietet, um die Kamera inklusive Wechselobjektiv sicher transportieren zu können. Weitere Ausschnitte für beispielsweise 12-Volt-Ladegerät, Kabel und USB-Powerbank sind auch vorgesehen. Alles in allem ist die Guide IR517 ein exklusives und hochwertiges Kamerasystem. Mit ihrem hochempfindlichen Sensor in Kombination mit der Palette an Objektiven ist sie extrem vielseitig und kann sich allen Bedingungen optimal anpassen. Ergänzt wird diese Vielseitigkeit noch durch eine reiche Auswahl an Zubehör. DERRICHT 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 Amen. 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 Wenn Sie dieses oder ein anderes Produkt persönlich testen wollen, kontaktieren Sie uns unter der eingeblenden E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. Wir freuen uns auf Sie.